Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem Kanal. Heute haben wir eine Geschichte mit einem Dino Baby und seiner Mutter. Schaut mal, da ist Goofy und er bringt seine Mühltone. Jetzt ist meine Mühltone leer. Zurück ins Haus. Hoppala. Oh, das ist ein Dino Baby. Aber was macht er in den Start? Ich glaube, er ist sehr hungrig. Der Arme, er ist allein. Er hat sich von seiner Mutti verloren. Ah, ein Dinosaurier. Renn, renn. Banana. Ein Dino. Oh, er sucht seine Mutter. Er macht nichts Böses Aber warum klettert er auf die Gebäude? Ah, ich weiß Er hofft von dort oben seine Mutter zu sehen Da sind die Experten gekommen, um die Situation zu lösen Ich verstecke mich Ich auch Schließ die Tür Oh, dieser ist ein Dinojäger Hallo Partner, wir brauchen dringend einen Hubschrauber Der Dino Baby befindet sich auf dem Rathaus Hab keine Angst Kleiner, wir bringen dich zu Mami Komm schon Der Dino Baby möchte nicht runterkommen Was soll ich machen? Hm, warte hier, ich habe eine Idee Ich komme gleich zurück Das sollte ihn herunterbringen Es ist sehr lecker Kleiner, ich habe einen Kuchen für dich gebracht Komm, nimm es Sei brav, Kleiner Wir bringen dich in einen sicheren Ort Und da kommt auch deine Mami Jetzt müssen wir die Mutti finden Aber wo könnte sie sein? Ich glaube, wir haben sie gefunden Das war schnell Und sie ist sehr wütend Weil sie den Baby verloren hat Oh nein, sie zerstört alles, was ihr im Weg kommt Wir müssen etwas tun Wir müssen zerstört 말씀 Hallo, Dinojäger, wir haben die Mami gefunden. Sie ist auf der Großbaustelle. Komm schnell, sie zerstört alles. Oh, wie schön, sie sind wieder zusammen, die Mutti und der Dino-Baby. Wir müssen sie jetzt nur transportieren. Oh, oh, sie möchte das aber nicht. Sie haben deshalb den Tieres eingeschlafen. Alles wird wieder gut, mein Kleiner. Die Mutti wird wieder wach. Sie ziehen jetzt die Direx-Mutti auf den Auflieger. Sie ist sehr schwer. Hurra, sie haben es geschafft! Das war's für heute. Vielen Dank für das Ansehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergiss nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben und sich an meinen Kanal zu abonnieren. Bis nächstes Mal. Tschüss!